Ich mache heute morgen mal wieder ein bisschen längeren Stream. Allerdings nicht zu vergessen, es wird Unterbrechungen geben, wegen des Hundes auch, gerade bei diesem Wetter. So, alter Monster, da habe ich mich drauf gefreut, habe ich noch mal richtig Bock drauf, aber ist auch schon länger her, also ich fange mit etwas Kleinem zur Wiedereingewöhnung quasi an. Hm, moin Junius, alter, du bist ja aber früh wach. Ach, wie geht's dir? Ja, kenne ich, ich bin hier auch gerade so ein bisschen, ich sterbe hier durch den gefühlten Hitzetot. Ja, kenne ich, ich bin hier auch gerade so ein bisschen, ich bin hier auch gerade so ein bisschen. So, wo habe ich diese Fallgrube jetzt? Hä? Hä? Ich bin jetzt total bescheuert. Ja, äh, ich fülle auch wieder den Winter. Das ist auch absolut nicht mein Wetter. Ach, jeder der da so, ey Sommer, alter, sei doch ruhig. Oh shit. Da ist er. know it años. Genau. Die Farbe-diepiegel sind sehr süß. Ich glaube, das ist sehr gut. Was ist ein Wege-diepiegel? Was ist das? Die Farbe-diepiegel sind sehr süß. Das sind die Farbe-diepiegel. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Hmm. Also ich muss auf die Arbeit. Spätdienst, morgen dann frei. Und dann am Dienstag wieder Spätdienst. Ja, das ist doch schon mal ein Plan. Boah, mein Gott, ist das warm. Jetzt schon, ja? Okay, Chitra. Chitra! Hey! Okay. Achtung! 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 Ja, geschafft! ja ich durch morgens und abends im moment aber wegen der arbeit das ist angenehmer hey Zevi moin Du Takkratzen, na? Ah, da! Geh, Geh! Geh, 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 Geh! 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 Geh, 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 Geh! Ah, der Hund. Ah, der Hund. Ah, das sind gar nicht meine Filmonster. Oh, Upsi. Ah, da ist noch was. Nein, 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 ihr bleibt stehen. Ah, da ist noch was. 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 Wow. Ah, da ist noch was. 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 Ah, da sind noch was. Ah, da sind noch was. Ah, da ist noch was. Ah, ich mache jetzt eine kleine Pause. Gehe mit Zivi raus. Ich denke aber schon, das kann so eine Viertelstunde dauern, ehrlich gesagt. ja leute und wir sehen uns dann gleich wieder und thomas gehen wir zusammen auf die jagd dann gleich mit thomas auf der jagd das gar nicht dass man im gebäude rein können ja das ist das einzige gewesen zu sein naja ich mache jetzt die kleine pause und wir sehen uns dann gleich wieder